Wir besuchen Benni im Porsche Museum mal, verantwortlich schon gefunden. Wir sind in Zuffenhausen im Porsche Museum. 14 Liter Hubraum, 120 Bt. Das sind die sogenannten Schmiernippel. Da durfte der Schmiermaxe regelmäßig schmieren. Hier hat man zwei Kompressoren auf einen 12-Zylinder-Motor gepackt, der 1,5 Liter Hubraum hat. Hier, Wuchtbohrung. So, als wenn du bohren würdest. Wie schräg, diagonal. Oh Mist, hab ich getroffen. 15 Minuten haben wir noch. Vollgas! Hier dann der Übergang. Da haben wir noch mal diesen Motor im Gesamten. Das ist ein Kunstwerk. Ja, nicht schlecht. Mit diesem krassen Gehäuse für die Luftkühlung. Ja. Schön gemacht, wenn du die erst mal montierst und weißt nicht, wo welche Schrauben sitzen. Du wärst wahnsinnig mit den Blechen. Weil, das erste Mal setzt die ein Blech rein, dann hast du wieder ein Blech in der Hand und denkst, oh Mist, wieder alles abspuckt. Ja, stimmt. Falsche Reihenfolge. Ah, und hier ist der, so wie ich das sehe, ist die erste VarioCam von dem 996 Turbo. Genau, das erste Mal, wo man eine Nockenwelle gebaut, also was ich kenne, wo man die Nockenwelle mit zwei verschiedenen Stellungen hatte. Das war schon relativ lange her und trotzdem hat es gut funktioniert. Das gab es schon früher sogar, also vor dem 996, im 968 und dann im 993 mit 286 PS Motor. Ähm, der hat auch schon die VarioCam. Bin gerade. Okay. Das habe ich noch nicht gesehen. Ja, okay. Ja. Nicht schlecht. Baujahr 1994. Elektrisch-hydraulisches System zur Verstellung der Einlass-Nockenwelle führt zur besseren Laufqualität bei höheren Leistungen und günstigerem Kraftstoffverbrauch. 1991 eingeführt im Porsche 968. Auf dem Kopf gelesen, Freunde. Und, ah, hier ist ein Kolben von... Ja. Okay. Wow. Und das ist ziemlich cool. Äh, das ist ein Kolben, fangen Sie ja jetzt erst langsam an, ähm, dass die Ringträger, die Benziner auch Ringträgerkühlung haben, wo die Ölspritzdüse in den Kolben rein spritzt und sozusagen die Ringzone, ihr seht ja die beiden Kanäle, dort das Öl verteilt zur Kühlung. Ähm, die Frage, die ich da habe, sowas ging nur in einem gegossenen Zustand, sowas. Das muss ja dann auch ein gegossener Kolben sein. Das, das ist ein gegossener Kolben. Das wäre interessant, man sagt ja immer, oh, ich brauche Schmiedekolben und so weiter. Aber bei diesen Motoren, die hatten 1000 PS bei 1,5 Liter Hubraum. Ja. Ähm, da haben die einen geschmiedeten Kolben genommen. Ja. Ich weiß nur, dass oben, dass die Ploy-Buchse, nach einem Rennen hatten die meisten so ein, zwei Millimeter Spielen da drin, weil die einfach total verschlissen waren, das Ganze. Auch wenn man ist ganz schön zu sehen, das Ploy. Ist ein Titan-Ploy? Ja, schön poliert bis zum, ja, ganz glatt poliert. Und dann eben diese, wir sagen immer, das ist, also hier steht zwar Ring-Umlauf-Kühlung oder sowas, aber es gibt auch den Begriff, der ist sehr schwer, Spritzöl-Kolben-Boden-Kühlung. Das ist, das ist das Normale. Das ist das Normale. Ja, genau. Das heißt, immer wenn ein Kolben unten war, war eine Düse, die reingespritzert hat. Genau. Ja. Wie bei fast allen Dieselmotoren. Ja. Und jetzt langsam fangen Sie an. Im Nissan GT-R habe ich das erste Mal gesehen, der, dieser DASA-Motor, Audi 15 hat es. Und da werden ganz viele, gerade, wenn er immer mehr Leistungspieler... Aber alles keine Schmiedekolben mehr. Keine Schmiedekolben mehr. Spannend. Man kriegt es gegossen, die gleiche Qualität an Material kriegt man gegossen. Man hat zwar nicht diesen Verdichtungseffekt, aber man kann durch die Kühlung natürlich die Kolbentemperatur so runtersetzen, dass gerade mal hoch aufgeladenen Motoren man keinen geschmolzenen Kolb hat. Hm. Hm. Clever. Jetzt kommen wir jetzt, Philipp, in deine Region PS-seitig über 1000 PS. Ist aber schon ein bisschen her, also das Auto ist ungefähr so alt wie du, Jahrgang 1973. Fast, ja. Aber Porsche plus Audi, hey, eigentlich besser kann es nicht laufen jetzt. Ja, das passt auch wie Forts auf Auge. Das hier ist Tank, ne? Das ist der Tank, genau. Schön poliert. 1200 PS 1973, das war schon auf jeden Fall eine Ansage. Was für eine Rennstrecke ist man denn mit 1200 PS gefahren? Wofür war das gedacht damals? Das ist die Can-Am-Serie in den USA. Mhm. Da gab es aber auch enge Strecken. Das heißt, die sind eigentlich aber mehr oder weniger nur im Kreis gefahren? Nein. Die waren richtige. Das war ein richtiger Parcours? Da kamen die Deutschen sozusagen nach Amerika, sind dort mitgefahren und nachdem dann die Porsche Platz 1, 2, 3 hatten, wurden die einfach verboten dieser Art. Aber wie krass muss denn so ein Ding mit der Leistung fahren? Ja, und du musst kämpfen. Guck dir die Lenkung an. Du hast da keine Servolenkung oder sowas. Du hast doch nicht mal Sitzpolster. Ja. Der Beifahrersitz, der angedeutet, der ist Pflicht, ist aus Reglementgründen mit drin. Der sieht besonders bequem aus. Ja. Und was auch sehr schön zu sehen ist, ich weiß nicht, ob die Kamera das einfangen kann, ist Honeycomb, also dieses Bienenwaben GFK da unten. Auf dem Boden, ja. Die schöne Struktur, einfach damit es eine gewisse Stabilität hat. Die Can-Am-Serie war halt relativ regelfrei. Da konnte man quasi machen, was man will, mehr oder weniger. Das Auto musste vier Räder und Bremsen haben und möglichst viel PS. Und tatsächlich sind die mit den Dingern ganz normale Rennstrecken abgefahren. Taladega Raceway oder sowas. Da ging es halt wirklich nur darum, der schnellste zu sein zwischen den Kurven. Und das hast du mit 1200 PS und das ist, da geht ja auch noch mehr. Also 1200 PS war Rennbetrieb. Ja. Aber das war ein Zwölfzylinder und auch ein Luftgepult. Ja. Und unter 10 Sekunden von 0 auf 300. Ja, das ist halt heftig. Und hinten hast du die beiden Lader. Die ist da. So wie beim Lambo, du machen möchtest. Einer rechts, einer links, ein Auspuff. Alter, ein riesen Waste-Get in der Mitte. Ja. So geht das. Auf was für einer Basis war dann so ein Motor? Das ist der 917 Motor, der Zwölfzylinder. Der auch davor zwei, drei Jahre, also der 1970 unter anderem Le Mans gewonnen hat. Und dem Motor hat man dann einfach gesagt, einfach zwei Turbolader mit auf den Weg gegeben. Ohne Ladeluftkühlung. Ohne Ladeluftkühler. Und das im Rennbetrieb, ja. Ja. Aber ich glaube, die Spritsorte war da auch egal. Ja. Also die K&M war relativ regelfrei. Und das war aber, dieser Zwölfzylinder Motor war reiner Motor für die ganzen Rennautos. Ja. Die gab es ehemmäßig nie. Gab es nie als Straßen- oder Rennfahrzeug. Aber was halt einfach sinnvoll war dahinter, war die Luftkühlung. Also Porsche war ja immer mit VW zusammen, quasi vor allem damals, da gab es nur luftgekühlte VW und Porsche. Und man hat damit einfach die Luftkühlung noch etwas propagiert, sage ich jetzt mal. Und Porsche hatte da auch einen großen Vorteil. Man hat mit VW sowieso viel zusammengearbeitet. Man hat für VW damals viel entwickelt. Und es gab so ein Agreement, dass solange Porsche luftgekühlte Motoren im Rennsport verwendet, beteiligt sich Volkswagen auch an dem Rennsport. Und in den USA war das sinnvoll, weil Porsche und Audi wurden über eine Vertriebsgesellschaft verkauft. Und so war da auch quasi der Gesamtkonzern mit drin. Und das war dann eine angenehme Situation, wirtschaftlich. Ist das das stärkste Auto hier im Museum? Ähm, ja. Wie gerne man so ein Auto jetzt mal hören würde, ne? Ja. Wenn man nicht umdreht und man die Verbreitung von Moby Dickern... Hinten, ja, hinten. Das ist schon... Das ist schon heftig. Dezent. Die ersten Erfahrungen im Motorsport mit dem Turbolader hat man natürlich mit dem 917 gemacht. Und hat dann die Erfahrungen, ähm, ja auch auf den europäischen Langstreckensport übertragen. Und hier 74, das Auto nennen wir Dolly, quasi den ersten turbo aufgeladenen 911 Rennwagen auf die Rennstrecke gebracht. Cooles Detail am Rande, das ist der erste turbo geladene Rennwagen, der in Le Mans überhaupt ins Ziel gefahren ist. War damals nicht die Regel. Ja, vorhin, guck mal, auch Sechszylinder, 2,1 Liter nur, ne? Ja, da ist der Lahnhof-Kühler, wahrscheinlich ist er das. Wenn ich nicht der Öl-Kühler ist, sieht aus wie der Lahnhof-Kühler, wo einfach... War das so? Der hat mittlerweile einen, ja. Ja. Auch sehr mechanikerfreundlich. Ja. Wayskate kommt es aber immer gut ran. Ja, und diese Erfahrungen im Rennsport hat man natürlich immer weiter ausgebaut. Und die Turbotechnologie im 911 gipfelt eigentlich in dem Moby Dick. Der hier hinter uns steht, der auch fast an der 850 PS Grenze krankt. Das Auto läuft übrigens auch. Mit sowas brauche ich nochmal gefahren? Ja, ja klar. Also, regelmäßig. Zum Brötchen holen? Nicht ganz zum Brötchen holen. Aber da sind ja so historische Renevents. Genau. Zum Beispiel Historik-Gruppen in Sampfort oder so. Guck mal, der ist mich angemeldet, weil, wenn ihr reinguckt, der hat Blinker. Da hinten drin sind Blinker. Wenn ich hier reingreife, bis hier hin, dann habe ich einen Blinker in der Hand. Das heißt, wenn du abbiegst, sieht das jeder von der Seite. Das ist auch so reglementbedingt. Dass da die Originalkarosse noch komplett... Genau. Das ist reglementbedingt. Reglementbedingt hat der deswegen unter anderem den Kofferraum, hat der Blinker, hat der Scheinwerfer. Sonst könnte man das alles weglassen. Und ist auch spannend, das Auto... Man spart ja bei einem Rennwagen immer maximal Gewicht. Trotzdem hat dieses Auto zwei Scheiben. Das ist ein kleiner Trick gewesen, um das Reglement zu umgehen. Reglement besagt nämlich, man darf das Auto um x Prozent breiter machen. Und das ist hier komplett ausgereicht, so länger. Man darf aber die Originalsilhouette nicht verändern. Oder man muss sie beibehalten. Und man hat sie beibehalten, indem man die Originalscheibe und die Originalsilhouette hier drunter laufen lassen hat. Aber aus aerodynamischen Gründen hat man noch eine drüber gebaut, noch eine Scheibe, um das einfach zu optimieren. Dieses Reglement-Spielchen konnte Porsche auch immer schon ziehen. Hier, und guckte da die Ladeluftrohre an, innen drin. Das sind keine dicken 3-Zoll-Rohre. Hat zwar rechts und links jeweils einen, aber die Ladeluftkühler sind an der Seite. Da sozusagen, wo sie dann nachher bei den ganzen Porsche-Türmer auch geblieben sind. Aber krass lange Wege, so oder? Ja. Ich überlegte einmal so durchs Auto. Ja, das stimmt. Aber die Durchmesser sind irgendwie so groß, deswegen ist das gar nicht so viel Volumen. Wann wurde der gebaut? Wann wurde der 993 gebaut? 993 kam, 20 Jahre später. Und der hat den Ladeluftkühler wieder hier gehabt, da hinten? Genau. Okay. Ist dann der Basismotor der gleiche wie der? Ungefähr. Ungefähr. Und dann krass trotzdem 3,2 Liter und da 2,1 Liter, oder? Ja. Oder war das auch reglementbedingt oder so? Das war reglementbedingt, aber im Endeffekt hast du ja durch die Zylinderköpfe und so weiter, die ja einzeln sind, hast du alle Möglichkeiten. Was hier auch spannend ist, man mag es kaum glauben, aber ... Also quasi von dem Vorderwagen, von vor der A-Säule bis zur B-Säule ist das ein normaler Blech 911. Können wir ruhig mal aufmachen. Das ist ein Duft nur nicht zu weit wegen dem Schild. Wenn ihr mal reinguckt, aber der ganze Unterboden ist ausgesät, ausgeschnitten. Durch Aluminiumrohr, versteift wieder und dann wirklich nur mit GFK umhüllt. Man darf auch beim Aussteigen nicht überall drauf treten. Sonst hat man Asphalt. Aber der Alu-Käfe hier drin ist auch mehr für die Optik als für ... Ist ja noch Blech drum. Ja. Das Porsche Museum schießt ... Wir schließen, jetzt heißt, wir müssen schnell darüber ... Wir dürfen bestimmt noch ein paar ... Wenn das Licht ausgeht. Warum wir eben ... Oder warum man damals eben einfach bis heute den Motorsport auch braucht, ist ganz einfach. Man lernt, man entwickelt weiter, man testet Innovation und so kam es dann dazu, dass Porsche gesagt hat, Okay, das nächste Leistungsplus, um in Supersportwagen-Sphären zu geraten, die dann einem Ferrari ebenbürtig sind und ähnlichem, ist dann ein 911 Turbo. Und das ist der allererste je gebaute 911 Turbo-Motor, basiert auf einem 2,7 Liter und gehörte mal Luise Pirch. Er hat noch eine schmale Karosserie und damit beginnt die Turbo-Ära eigentlich hier bei Porsche dann auch in der Serie. In der Serie, ja. Auch hier noch ohne Ladelüftkücher. Da drüben sehen wir mal den Power-Motor mit 1200 PS im Detail. Wie gesagt, sehen wir hier den 917 Motor vom 917 30. Zwei Turbolader, keine Ladeluftkühlung. Das ist so die Königsdisziplin? Das ist, würde ich schon sagen, die Königsdisziplin, weil über 1200 PS im Fahrbetrieb erreicht so schnell kein anderer Motor hier. Das ist die Kurvenwelle von drüben in Stahl. Genau. Siehst du das? Die gleichen Wofungen. Ölpuppe da unten drin? Ja. Im Prinzip ist alles noch relativ lange so geblieben. Das Ganze. Was ist das hier vorne für ein riesen Ding? Da geht dann, das ist hier rüber die Ansaugung von der Puppe glaube ich. Also ich würde mal tippen, hier geht bestimmt der Öltank ran oder nicht? Ja, sieht so aus. Auch vom Durchmesser her. Die Befüllung dieser war immer von vorne. Die wurde zentral von vorne die versorgt und dann ging die so die Ölversorgung durch die Dattruch normalerweise. Aber dieses angesetzte Teil, das sieht halt aus wie so ein… Du musst ja irgendwie den Öldruck in die Kurvenwelle reinbekommen. Du hast recht, dass der Öldruck durch die Hauptlager kommt und dann zu den Pleulagern. Da war ein extra Kanal dadurch, durch die Kurvenwelle. Das sieht auch nochmal ein Pümpchen. Ja, dann gab es natürlich noch die Pumpen, die die Turbolader absaugten, weil die waren ja tiefer als der eigentliche. Dann hattest du noch Pumpen, um auch von den Köpfen abzusaugen. Weil da stand ja auch, das konnte ja nicht in den Motor reinlaufen. So haben die Dinger relativ viele Absaugpumpen und diese große Druckstufe. Was mich so fasziniert hat, ist einfach auch die ganzen Materialien und die Bauteile, die einfach gebraucht werden wegen der Luftkühlung. Also allein schon dieser Kasten hier mit den ganzen Zahnrädern, das ist ja auch alles Gewicht. Dann hast du hier diese zusätzlichen Antriebe und die ganzen Zahnräder. Das war schon konstruktiv echt extrem. Aber es ist einfacher, so mit der Luftkühlung, als mit der Wasserkühlung. Weil hier hat man die einzelnen Zylindern. Wenn da einer kaputt war sozusagen, konnte man das wegnehmen. Guck mal, wenn ich reingucke, ist es ein Nikasil-beschichteter Zylinder wahrscheinlich. Ein Aluzylinder mit Nikasil-Beschichtung. Das, was eigentlich immer bei Porsche da war und immer gut funktionierte. Guck mal, sieht man aus wie so ein Alu. Ja, das kann gut sein. Hier war die Übersetzung, um dann hier rauf auf die Nockenwellen zu kommen. Ja. Und die Köpfe, so sehen sie aus wie ganz normale Sechszylinder-Köpfe, nur einfach ein bisschen anders bearbeitet. Einfach ein bisschen anders. So war es instand, jetzt hier für Firmen oder Leute zu finden, die das noch schaffen einzustellen. Das ist schwer. Und das Ganze noch abzustimmen und so, oder? Ja. Weil da musst du ja in den Kolben ändern. Also unser 917-30 läuft, wir haben auch noch einen 917-10. Die haben dann auch diese Turbomotoren. Und da hast du wirklich ganz, wenn die Temperatur außen einstellig ist, also unter 10 Grad, hast du echt schon Schwierigkeiten, das Auto einfach von sich aus zu starten. Das ist auch männliches Waste-Kit hier. Das ist ein Waste-Kit, ja. Für einen Dauerbetrieb geeignet. Aber eben einfach gemacht. Guck mal, wie wenig Krümmer und Auspuff du brauchst. Irgendwie mit Verschalung noch drum oder so? Die Verschalung kann gut sein, dass das hier innen drin wird, das Rohr liegen. Und das ist einfach nur, um die Kraft darüber zu machen. Da war immer überlegt, weil wenn du das hier nochmal abhängst und so weiter und die Wärmeausdehnung dann risst das irgendwie an jeder Stelle. Und diese Schubonofdinger, die hatten wahrscheinlich gar keinen Anschluss. Die drücken einfach nur auf. So eine X auf. Auch krasse Ansagenbrücke. Eigentlich total einfach gehalten, aber wahrscheinlich auch gar nicht mehr Platz nach oben gehabt. Genau. Auch ein Platzthema. Und das Ganze ist natürlich immer unter dem Aspekt Wartungsfreundlichkeit. Ein schnelles Warten oder Austauschen muss möglich sein. Und guck dir diese kleinen Rohr an. Diese kleinen Krümmerrohre. Hier noch gesteckt. Das heißt, die waren wahrscheinlich undicht, wenn er kalt war. Und wenn er warm war, dehnte sich das aus und wird dann langsam dicht. Aber massive Antriebswelle hinten auf jeden Fall schon. Ja, das ist ja klar. Die sind auf jeden Fall massiv. Da bohrt man auch nichts holen zu sich. Und auch eine witzige Rohseckklappe. Als wenn es so eine Umluftklappe mit dran ist oder so. Da habe ich dir recht. Ja. Die ist ja verbunden. Also das andere Saugkreuz da drüber. Ja. Und da hat er ja wahrscheinlich auf Einzeldrosseckklappe. Du hast recht. Immer wenn du die Drosselklappe zumachst, hat er die aufgemacht, dass der Druck nicht so dermaßen davor schoss. Und er hat ja nochmal einen Kreislauf gemacht. Also nochmal zusätzlich zu den Schubumluftventilen. Das waren ja nur so Ablassventile. Cool. Ja. Ich würde sagen, soviel zum Thema Motorentechnik bei Porsche. Das reicht für heute auf jeden Fall erstmal. Gut. Die Köpfe rauchen. Werden gleich rausgefegt hier. Dann danke, dass ihr Zeit genommen habt. Danke, dass ihr da wart. Wir sind bestimmt nicht zum letzten Mal hier. Hoffentlich. So ein paar interessante Themen finden wir bestimmt noch. Auf jeden Fall. Ich habe da schon Ideen. Sehr gut. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke euch. So, wir fahren, Philipp. Tschüss. Oh, das ging aber hier flott. Elegant. Man muss nur mit den Beinen gleich reinrutschen. Wenn du einmal so mit dem Knie drin steckst, ist Feierabend. Jetzt aber tschüss. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal fahren wir eine Runde.